Ok Ok, Verteidigung gescheitert Ja Ja, warum muss ich jetzt hier eigentlich hin? Jetzt 8er unten Da muss ich hin, ich habe mich ganz leicht gewundert Ist die schon wieder tot? Die Frau hat jetzt echt nicht drauf, wa? Ähm, ja, Verteidigung gescheitert Gibt es denn Computer? Dann lass mich mal rein Okay Ist hier irgendwas? Nö Aber hier ist was Weil wir müssen ja hier irgendwie runter Und ich denke mir, es ist ein Fahrstuhl Genau, ein Fahrstuhl ist das Ja, ich bin auf dem Planeten, wo ich ganz beliebt Und sollte hier auch lieber einen anderen Spielstand machen, wa? Was ist das, was ich höre über die Ordering-Portest? Okay Okay Habe ich gar nicht registriert Und ich steckte mal das Teil hier weg Okay 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 Ja Ja Hat er geklappt, wa? Wo muss ich hin? Ähm Ich komme, der Versperrt Hey, das ist... Was denkst du, du machst? Nein Ja Ja Oh Gott Ich halte hier nur ordentlich die Luft an öffnen. Ich muss da rüber. Weil die Frage ist wie. Ja. Okay. Da würde ich hin. Wir sind alle beide tot. Wir mussten echt mal wenn ich rausfinde wie das funktioniert. Wo denn? Ähm. Okay. Kann im Kampf nicht benutzt werden. Also muss ich ihn das mal umbringen. Gut. Reicht das? Da kann ich die. Äh. So. Wer ist denn hier noch? Okay. Okay. Hat sich das hätte beruhigt? Okay. Sind das Klone? Meine Güte ey. Lass ihn erst mal raus hier. Bin ja hier nicht so ganz beliebt. Ähm. Wie kann ich da meinen Tanten Ausrüstung geben? Ah. Weil wir haben jetzt diese Kleidung hier zum Beispiel. Haben wir hier 9, 9, 9, 21. Ich gebe dir jetzt mal den Helm 21. Und. Gut. Okay. Dann haben wir die hier. Der kriegt auch einen besseren Helm. 9, 29. Und die kriegt die Rüstung. Okay. Dann müssen wir mal bei den Waffen schauen. Sie hat jetzt hier die. Sie hat ja schon eine hammergeile Waffe. Nahkampf. 109. Haben wir hier was besseres. 137. 168. So. Dann. Die Tante hier. Was gibt man denn der? Die hat ja. 121. Die Waffe ist in Ordnung. Die hat. 120. 121. 123. 133. Gut. Die hat die. 121. Hier. Da gibt man mal die Waffe. Und damit. Ähm. Sollten die eigentlich erstmal. Ganz gut geschützt sein. Ja komm. Wer ist denn jetzt? Wer gehört jetzt zu mir? Hm. Okay. Ich würde die gerne raus. Ah. Gut. Wo ist der stark? Ist der stark? Ist der stark? Ich spiele hier mit Weichen herum. genau so jetzt müsste ich hier komme ich jetzt hier raus ich würde gern hier raus wo ist meine tante ich habe ja schon bessere ausrüstung gegeben immer noch tot wird es ist wieder da da liegt noch nahe von ihm und wahrscheinlich muss ich jetzt hier raus ich bin denn